Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Marktausblick. Diese Woche ist es wieder soweit. Letzte Woche habe ich es leider nicht geschafft, den Marktausblick für euch aufzunehmen, aber dafür diese Woche. Es ist eine relativ ruhige Woche gewesen, trotzdem einerseits auch eine komplett bullische, was mich echt gewundert hat. Wir hatten ja noch ein paar Short-Positionen offen, vor allem was die Stockmärkte anbelangt. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer angucken. Natürlich auch auf Forex und wir werfen einen kurzen Blick auf Krypto und auf die Newslage, die nächste Woche ansteht, weil nächste Woche wird es wieder deutlich spannender. Bevor wir jedoch starten, gerne dem Video schon mal ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne mal einen Kommentar unten reinschreiben, wenn ihr Bock habt, was ihr von dieser Woche haltet oder auf die kommende Woche denkt. Geht es nach oben? Sehen wir einen Dump? Wie sieht es aus? Schreibt mir unten gerne eure Kommentare rein und ansonsten gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr den Kanal weiterhin unterstützen wollt, gerne auch bei meiner Partnerbörse BingX anmelden. Dort könnt ihr im Endeffekt auch Forex, Stocks etc. pp. alles traden. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Wir fangen an mit dem DXY und der befindet sich momentan bei 105,8. Wir hatten diesen Dump, den wir die Woche davor besprochen haben, dass das im Endeffekt absehbar war. Wir sind dann bis hier auf 104 runtergekommen, perfekt in diese vier Stunden die Mahnzone hier unten rein. Das haben wir ja die Woche davor, wer den Marktausblick gesehen hat. Genauso erstmal prophezien. Prophezien? Prophezeit? Ist egal, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Prophezien gibt es, glaube ich, gar nicht. Ist völlig egal. Auf jeden Fall haben wir da unten dann Support gefunden. Sind dann jetzt erstmal nach oben hingejumpt. Und ich habe jetzt mal das Fit-Level von unserem Top bei 107,1 bis zu unserem Tief eben gezogen. Und da sehen wir, okay, das 0,5er bietet schon den ersten Widerstand. Wir sind noch gar nicht ans Golden Pocket rangekommen. Alles nicht so schlimm. Wie gesagt, ich denke trotzdem noch, dass wir hier grob zumindest mal das Golden Pocket bis sogar 0,786er anlaufen können. Warum das 0,786er? Wir haben hier oben, wenn wir jetzt mal die große Box hier wegmachen und uns hier einfach mal dieses kleine Gap anschauen, liegt hier eben dieses Gap bei ungefähr 106,5, 106,6. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben das diese Woche nochmal angelaufen wird. Und vor allem, weil wir eben die Newslage haben. Und da komme ich jetzt dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns den Euro-Chart nochmal ein bisschen näher genau angeguckt haben. Wir werden das ein bisschen vorzeitig schieben, weil das einfach auch direkte Auswirkungen hat. Natürlich dann auch auf die Forex-Märkte. Und deswegen gehen wir jetzt direkt rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Schauen uns das Ganze mal hier an. Da sehen wir auch, okay, der Euro hat seinen Widerstand jetzt hier oben erst einmal wieder gefunden. War auch so die Prognose, dass wir hier hoch auf jeden Fall nochmal steigen könnten. Daraufhin jetzt erstmal die Gegenreaktion und es ging ein bisschen nach unten. Natürlich, wenn der DXY, also der US-Dollar steigt, geht natürlich auch der Euro ein bisschen runter. Absolut normal. Und wenn wir uns jetzt mal hier einfach mal das FIP-Level ziehen, genau umgekehrt von unserem Tief zu unserem Top, sehen wir auch, okay, wir sind hier kurz vorm 0,5er schon stoppen geblieben. Und auch hier sehe ich dann jetzt erst einmal das Golden Pocket. Und hier wird dann auch vermutlich dann entweder der Trendwende-Bereich kommen, entweder, je nachdem wie die Zahlen jetzt eben gleich sind, die wir uns angucken, dass wir hier unseren Support finden oder dann eben komplett nach unten hindurch brechen und dann möglicherweise sogar nochmal ein neues Tief hier bei 1,04 Euro finden. Und dann kommen wir eben jetzt gleich mal zu den News direkt rein. Und zwar sehen wir hier, Montag ist alles relativ ruhig. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das heißt, Montag noch so ein bisschen Seitwärtsphase hier in den Forex-Märkten. Am Dienstag kommt dann erst einmal, wo haben wir es, die Verbraucherpreise, also die VPI-Daten aus den USA, die werden sehr, sehr interessant werden. Prognose 4,1. Das heißt, die Prognose ist genauso wie letzten Monat. Es soll sich stabilisieren. Man muss aber auch dazu sagen, Ölpreise sind ein bisschen gestiegen, Konflikt im Nahen Osten und sowas. Das muss alles damit rein interpretiert werden. Deswegen, ich glaube sogar nicht mal, dass wir diese Zahlen hier erreichen. Ich kann mir vorstellen, dass die VPI-Daten minimal höher sind, vielleicht so 4,2, maximal 4,3. Dass wir die Prognose treffen, kann ich mir ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt hier ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mittwoch geht es dann auch schon weiter. Die Erzeugerpreise kommen, Kernratejahr, Kernratemonat und sowas. Also da komplettes Augenmerk drauf um 14.30 Uhr, also auch hier mit mehr Volatilität auf jeden Fall zu rechnen für die nächste Woche. Und am Donnerstag kommen dann ganz normal Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe. Also das Ganggebliche, was jede Woche einfach kommt. Das heißt, Fokus ist auf jeden Fall Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Die Arbeitsmarktzahlen haben zuletzt den Markt überhaupt nicht gejuckt. Egal wie scheiße die Zahlen waren, egal wie gut die Zahlen waren, es juckt die Märkte derzeit einfach nicht. Und das hat wie gesagt dann Auswirkungen auf die Forex-Märkte. Montag, wie gesagt, sollte noch relativ ruhig sein. Dienstag kommt es dann auf die VPI-Daten an. Sollten die steigen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Dollar einen enormen Sprung nach oben macht. Das wiederum würde dazu führen, dass der Euro Richtung 0,618 da geht auf jeden Fall. Wir würden diesen immensen Pump, den wir hier hatten, der absolut surreal war, auch aufgrund des Volumens, würden wir hier nochmal abfüllen und wir hätten die Chance hier entweder in eine Long-Position einzugehen, beziehungsweise dann eben, wenn wir nochmal auf den DXY rübergehen, hier oben dann eine kleine Short-Position zu erübrigen. Also das ist so momentan der Plan. Weiter höher würde ich jetzt erst einmal gar nicht gehen. Damit gehen wir auch direkt rüber zu den normalen Märkten, also den Stock-Märkten. Und da sehen wir es komplett geisteskrank. Wir hatten ja die Prognose, ich mache jetzt mal das FIP-Level hier vorzeitig weg, vorletzte Woche, dass ich hier nochmal mit einem Dump rechne beim Dow Jones bis auf knapp 14.000 Punkte, ist nicht mehr so gekommen, der Dow Jones ist komplett to the moon im Endeffekt gegangen. Wenn wir uns das mal angucken, wir haben hier sogar auf 4-Stunden-Basis und auf Daily-Sicht natürlich auch ein höheres Hoch geschafft, das heißt unsere Abwärtsbewegung, die hier dreiteilig war, erster Abverkauf, zweiter, dritter, ist komplett gebrochen worden und wir haben ein höheres Hoch erreicht. Das heißt die Abwärtsstruktur, Short-Position, für mich hier absolut derzeit uninteressant. Und wir haben jetzt nur noch das Gap hier oben bei 15.700 Punkten vor uns. Das ist übrigens ein Nasdaq-Scheiße, ich habe ein Nasdaq hier. Egal, vergesst, was ich gesagt habe, Dow Jones, das ist der Nasdaq-Chart, sorry dafür. Ja, auf jeden Fall, trotzdem ändert nicht seine Analyse an sich. Wir haben komplett die Abwärtsbewegung erst einmal gestoppt beim Nasdaq. Wir sehen es auch bei den ganzen Tech-Unternehmen. Coinbase diese Woche am, ich glaube Donnerstag war es, mal plötzlich 10% gestiegen, so aus dem Nichts und sowas. Natürlich auch die anderen Tech-Werte, die momentan den Nasdaq einfach nach oben hinziehen. Deswegen gute Möglichkeit, dass wir hier oben nochmal eben dieses Gap füllen, was wir schon ewig offen haben. So bei 15.700 bis knapp sogar 15.800 Punkte sind hier auf jeden Fall möglich. Bevor ich dann aber hier wirklich darauf eingehen würde, dass wir hier nochmal eine Korrektur sehen. Das heißt, das ist noch drin, dann eine Korrektur. Wir haben auch hier unten noch ein größeres Gap, wenn wir uns das mal hier ein bisschen vergrößern. Dieses Gap auf 4-Stunden-Basis. Und dann ziehen wir uns mal noch das FIP-Level zum jetzigen Stand. Natürlich, wie gesagt, sollten wir noch ein bisschen weiter steigen, verzieht sich auch das FIP. Und voila, dann würde sich das Golden Pocket nämlich auch hier unten in dem Bereich der 14.700 Punkte verziehen. Und das wäre dann auch im Endeffekt wirklich die Trendwende-Möglichkeit für mich. Erster Step immer, höheres Hochbilden. Das haben wir geschafft. Zweiter Step wäre dann jetzt hier, das höhere Tief zu bilden, die Abwärtsbewegung komplett zu stoppen. Und dann von hier aus in Richtung neues All-Time-High zu gehen. Und jetzt schon All-Time-High reinzukriegen, bei einerseits der wirtschaftlichen Lage, die wir haben. Wie gesagt, VPI-Daten kommen die Woche, die nochmal ein bisschen für Aufschwung sorgen könnten. Die Erzeugerpreise, die nochmal ein bisschen aufschlussreicher für die nächsten 4-6 Wochen Richtung Weihnachten werden könnten. Also da kommt schon noch einiges. Deswegen, ich rechne diese Woche eher mit einer kurzfristigen, nochmal bullischen Woche. Längerfristig, also so umso länger die Woche dauert, dann mit einem deutlicheren Abverkauf. Jetzt aber zum, gehen wir rüber zum S&P 500 erst einmal, bevor wir den Dow Jones dann als nächstes machen. Der hier, ja, der Chart irgendwie lädt nicht. Egal. Gehen wir rüber zum S&P 500. Gleiches Spiel, gleiche Analyse vor zwei Wochen. Ich habe damit gerechnet, dass wir nochmal ein tieferes Tief kriegen, die Liquidität darunter aufsaugen. Und dann erst hier in Richtung Golden Pocket gehen. Ist leider nicht aufgegangen. Das heißt auch hier, die ganzen, wir hatten hier glaube ich noch eine Short-Position offen. Die ist jetzt dann mittlerweile auf Stop-Loss-Entry ausgestoppt. Long-Position dadurch nicht erreicht, weil das Ziel hier eben dieser Bereich hier bei 4.140 Punkten war. Wäre eine geile Position gewesen. So im Nachhinein ist man immer schlauer. Wären 6% gewesen. Aber gut, was will man machen. Auf jeden Fall hier auch auf einem 4-Stunden-Basis geiler Close gewesen. Das heißt auch auf Daily Close. Gap gefüllt, sehr, sehr wichtig. Höheres Hoch hier mittlerweile erreicht, auch sehr wichtig. Das heißt, die Abwärtsbewegung ist jetzt erst einmal gestoppt. Aber, wie gesagt, der nächste Brummer kommt dann jetzt erst einmal hier oben in diesem Bereich hier. Auf und zu bei 4.450 Punkten bis 4.460 Punkten. Wäre für mich jetzt auch derzeit so ein kleines Short-Indiz, wo wir überlegen könnten, hier in einen kleinen Short reinzugehen. Wir ziehen uns nochmal das FIP-Level von unserem ganz hohen Tief, also bei unseren 4.600 Punkten bis zu den 4.100 Punkten. Da sehen wir auch, okay, das Golden Pocket wurde jetzt erreicht. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier in massiven Widerstand, was eher dafür spricht, dass auch hier nächste Woche durch die Veröffentlichung der Zahlen möglicherweise uns dann erst einmal ein Dump bevorsteht. Und wenn wir jetzt dieses FIP-Level wegmachen, beziehungsweise wir gucken nochmal ganz kurz, wie wir hier in eine Position einsteigen würden. Ich würde den Stop-Loss hier bei über 4.460 Punkten auf jeden Fall legen. Das heißt, wenn wir am Montag so bullisch rein starten, hätten wir so ungefähr einen Risk von 1,34%. Finde ich absolut human, werde ich euch aber auf jeden Fall nochmal mitteilen. Jetzt bin ich natürlich noch nicht in dieser Position drin. Könnten wir dann aber in Richtung Montag auf jeden Fall überlegen, ob wir hier diese Short-Position eingehen. Aufgrund Golden Pocket, aufgrund 0786er, aufgrund der möglicherweise bearischen News, die kommen. Und sollte, wie gesagt, dieser Short dann stattfinden oder wir den wirklich eröffnen, kommt es natürlich darauf an, wo nehmen wir unsere Take Profits. Wir ziehen dann ganz natürlich das FIP jetzt erstmal so, wo unser jetziger Schlusskurs ist. Da sehen wir auch, okay, Golden Pocket liegt dann hier unten bei 4.220 Punkten. Das wäre der erste Step, würde aber erste Profite hier beim ersten Gap nehmen, 4.320 bis ca. 4.337, ja, mach mal 4.340. Einfach lieber mal ein bisschen vor dem Gap. Zweiter Take Profit, dann hier kurz vorm 0,5er und den dritten dann hier am Golden Pocket. Und dann haben wir die Chance, wirklich, sollte sich das noch ein bisschen länger ziehen hier, auf ein höheres Tief. Und dann können wir auch von neuen All-Time-Highs möglicherweise auf kurz oder lang ausgehen. Denn ansonsten, jetzt kommen wir rüber zum Dow Jones, jetzt aber wirklich gleiches Spiel, nur hier hat im Endeffekt die Position perfekt gesessen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ich gesagt habe, naja, wir machen jetzt erstmal nur ein Dow Jones, weil ich eben beim S&P 500 und beim Last-Tech noch von der Abwärtsbewegung ausgehe. War im Endeffekt auch wirklich so. Wir sind hier long gegangen bei knapp, muss man mal gucken, 32.500 Punkten. Und dieser Trade hat enorm gesessen. Wenn wir uns jetzt mal nur den jetzigen Stand angucken, wo wir geschlossen haben, sind wir hier 5% im Plus. Und das im Endeffekt, wenn man hier ganz normal eingekauft hätte schon mit Hebel. Ich bin hier mit dem 5er Hebel rein, sind es 25%. Profite, alle drei Take Profits genommen. Und ihr seht hier schon, ich habe einen Short hier oben eingeplant. Beziehungsweise bin schon hier mittlerweile Short. In dem Bereich von 34.158 bin ich Short gegangen. Warum? Wir haben hier massive Barriere, Divergenzen, Volumen geht zurück. Wir sind hier in einem massiven Widerstandsbereich. Das hat diese Zone hier auf sich. In der Vergangenheit immer, immer Widerstand gehabt hier an dieser Zone. Und jetzt sind wir im Endeffekt wieder an dieser Zone. So, wir hatten zwar das Cluster, okay, wir können hier hoch auf 35.000 Punkte gehen. Bin ich auch immer noch dabei, dass das die Möglichkeit ist. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wie gesagt, die ganzen News nächste Woche. Wir haben eine Long-Position noch offen, die absolut im Plus ist. Warum sollten wir dann nicht diesen kleinen Short hier noch einmal probieren? Und können hier im Endeffekt ohne signifikantes Risiko, macht die halbe Positionsgröße von eurem Long und dann versucht hier einfach noch diesen Short. Auch hier nochmal der Vollständigkeit halber, FIP-Level von unserem Top zu unserem Tiefziehen. Da sehen wir auch, okay, ein bisschen Potenzial ist hier auf jeden Fall noch drin, bis zum Golden Pocket, wird sich dann am Dienstag, Mittwoch auf jeden Fall entscheiden. Momentan bin ich hier in dieser Short-Position und werde ich auch erst einmal noch drinnen bleiben. Ansonsten gibt es hier wenig zu sagen. Ihr seht schon, ich bin nächste Woche eher ein bisschen Short gestimmt. Hat auch so ein bisschen mit dem Kryptomarkt an sich ein bisschen zu tun. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Gehen wir rüber zum DAX. Wie sieht es dort aus? Auch hier läuft unsere Long-Position natürlich immer noch. Das ist die hier, die wir bei 14.640 Punkten eingereicht haben bzw. eröffnet haben. Die läuft weiterhin. Ihr seht auch hier, dass ich Short eröffnet habe. Also auch hier dieser Short, ah ne, sorry, muss ich korrigieren. Der Short ist dann auf Entry ausgestoppt worden. Muss ich nochmal zurücknehmen. Aber auch hier, wie gesagt, ich bin weiterhin Short eingestellt. Wenn wir uns das FIP-Level ziehen, sehen wir auch, okay, Golden Pocket, 0786er hier erreicht. Dann kam dieser leichte Abverkauf. Ich rechne nicht damit, dass wir hier jetzt schon eine komplette Jahresendrallye sehen. Wichtig ist, wir haben dieses Hoch hier drüben rausgenommen bei den 15.250 Punkten. Das war der erste Step. So, für mich, wie gesagt, ich habe es am Anfang des Videos gesagt, wäre es immer noch sinnvoll, nochmal ein höheres Tief zu bilden und dann erst die Rallye zu starten. Und das ist jetzt eben auch der entscheidende Faktor. Ich hoffe, ich bin hier noch zwiegespalten, ob wir die Short-Position eingehen, wenn wir schon bei den ganzen US-Märkten Short sind. Ich bin dann eher momentan auf den Trichter zu sagen, okay, sollte die Korrektur hier in Richtung 14.950 Punkte kommen, werden wir hier auf jeden Fall den Long nochmal verdoppeln und dann von hier aus im Endeffekt die Position nach oben hin mitnehmen. Also DAX würde ich erstmal die Finger lassen, hat natürlich auch mit der Newslage zu tun, nächste Woche im europäischen Markt ist jetzt nicht so wirklich viel, also bis auf die Veränderung der Erwerbstätigenzahlen und sowas. Also es ist relativ dünn besetzt und der DAX, momentan muss man ja auch dazu sagen, zieht nicht so wirklich mit den US-amerikanischen Märkten mit, macht so ein ziemlich sein eigenes Ding, ist nicht wirklich extrem bullish, ist nicht extrem bearish. Deswegen würde ich hier eher auf die Long-Verdoppelung schienen bei ungefähr 14.950 bis ca. 15.024 Punkte. Das ist natürlich dann auch ein neuer Long-Einstieg für alle, die hier möglicherweise noch nicht drin sind, können wir uns mal angucken. Wäre aber auch natürlich ein Risk hier von 1,5% ca., weil wir hier auf jeden Fall diese Tiefs nochmal abdecken müssen und diese impulsiven Kerzen, um das Risiko hier einer Liquidation zu verringern. So, gehen wir rüber zum Goldchart und da habe ich euch ja die ganze Woche immer mal schon ein bisschen auf Trab gehalten, was die Long-Verdoppelung angeht. Ganz ehrlich, der Abverkauf war für mich persönlich ein bisschen beschissen. Ich hatte die Short-Position, könnt ihr euch noch daran erinnern, die wir hier oben eröffnet haben bei 2002 US-Dollar. Ersten Take-Profit genommen, habe ich in der Telegram-Gruppe gesagt. So, Stop-Loss-Entry und wir wurden hier, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch ging, um 1 Dollar dann ausgestoppt, 1,50 Dollar, um ein bisschen genauer zu sein und habe somit die komplette Abwärtsbewegung hier erst einmal verpasst. Das waren knapp 3%, also hätte es sich auf jeden Fall gelohnt, das war auch die Idee. Aber so müssen wir uns natürlich nur mit dem ersten Take-Profit zufrieden geben und der lag bei 1,5%. Kann man zufrieden sein, Hauptsache positiv, der Rest ist erst einmal egal. Wie gehen wir jetzt hier weiter vor? Wir haben unsere Long-Position noch offen, die wir hier unten immer wieder aufgestockt haben. Ich gehe jetzt hier nächste Woche erst einmal davon aus, Montag noch nicht in eine Position reinzugehen. Auch hier warte ich erst einmal auf die Zahlen. Kann natürlich Risiko sein, weil im Endeffekt dann Gold komplett nach oben hin pumpen kann, aber das Risiko gehe ich hier gerne ein. Wir haben einen massiven Abverkauf, das erste Mal gesehen, befinden uns jetzt hier in einem ersten wichtigen Support-Cluster. Wenn wir uns jetzt auch mal hier so ein bisschen die Linie einfach weiterziehen aus der Vergangenheit. Support, Widerstand, Support. Man kann das Ding einfach ganz einfach ziehen und fertig. Jetzt haben wir diese Zone das erste Mal getestet, befinden uns momentan bei 1.938 US-Dollar und diese Zone ist, wie gesagt, in meinem Kopf momentan einfach hier schon zu überlegen, okay, wir verdoppeln die Position, hätten dann, und das ist dieses kleine Problem, was ich an der ganzen Sache habe, einen Stop-Loss, der sich dann natürlich verschieben würde, weiterhin auf Entry oder unser Entry verschiebt sich, der hier über dem Golden Pocket wäre. Und das ist momentan so dieses Ding, da muss ich mir erst noch ein bisschen Gedanken machen, werde ich euch aber auf jeden Fall am Montag dann auch nochmal was dazu sagen. Man merkt aber auch, ganze Israel-Sache etc. pp. hat sich in meinen Augen, was medial die Aufmerksamkeit erregt, ein bisschen beruhigt, man hört weniger Ukraine, Russland, natürlich ist da überall noch Krieg und sowas, aber sowas sieht man natürlich dann auch im Gold-Chart. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal so der Planverdopplung, entweder in diesem Cluster oder dann erst wirklich hier unten am Golden Pocket. Aber das wäre so das Maximum-Ziel, was ich ehrlich gesagt nach der jetzigen Analyse, und ich glaube, wenn wir uns den Daily-Chart angucken, sehen wir auch auf die Schlusskurse, das wäre dann ein kompletter Trendbruch und es würde dann wahrscheinlich nochmal deutlich, deutlich tiefer gehen. So, das auch zu Gold und ansonsten gehen wir jetzt rüber zu Bitcoin. Und was war das für eine verfickt geile Woche, sorry für meine Aussprache, aber es war eine geile Woche. Wir sind hier explosiv nochmal nach oben hin gepumpt in der Spitze auf knapp 38.000 US-Dollar. Wir haben, und das sage ich auch jeden Tag im Video dazu, unser Rising Wedge nach oben hin verlassen, aber, und jetzt kommt das große Aber für alle, die immer nur den Wochenausblick gucken, wir haben noch keinen Weakie-Close und darauf wird es meiner Meinung nach extrem ankommen. Wenn wir mal ganz kurz das Fit-Level hier oben wegmachen, sollten wir einen Weakie-Close über dieser Zone hier oben haben, ist das meiner Meinung nach bullish. Sollte aber, und das ist jetzt der interessante Punkt, wir haben die Ineffizienz hier fast genau auf den Dollar gefüllt, also die Ineffizienz ist gefüllt auf Daily-Sicht, wir sind in der Daily-Supply-Zone, also auch massiver Widerstand, sollten wir da noch drunter schließen. Das heißt, in unserem Rising Wedge mit dieser Weakie-Candle, das heißt, wir müssten nochmal einen Dampf sehen auf ungefähr 36.100 bis ca. 35.700 US-Dollar, könnte sich das Ganze oder diese ganze Bewegung auf einen Fake-Move hingedeutet haben, spricht auch das Volumen dafür und dann könnte es bergab gehen. Das sind so momentan die Ideen, es wäre aber meiner Meinung nach nicht sinnvoll, jetzt schon abzuverkaufen, das würde die komplette Bewegung wieder invalide machen, die Euphorie wäre weg. Ich bin eher weiterhin der Überzeugung, die Möglichkeit Richtung 38 bis 40 ist auf jeden Fall noch gegeben, wir haben die 38, die 40 wären dann nochmal so das Goodie oben drauf einfach und maximal, das habe ich auch in dem Bitcoin-Video letzte Woche, schaut euch das gerne an, wilde Bitcoin-Theorie, die ich da aufgestellt habe, dass die 48 bis 50 das Maximalziel sind für dieses Jahr, dann eine Korrektur möglicherweise zwischen 28 bis 30 folgen würde und dann der Bullrun möglicherweise Richtung Halving dann startet. Das ist so momentan meine Theorie, kommt jetzt ganz, ganz darauf an, wie im Endeffekt diese Woche schließt. Gehen wir nochmal ganz kurz in die kleineren Timeframe, wie sieht es dort aus, momentan eher ein bisschen Seitwärtsphase, alles Akkumulation, alles noch nicht so wirklich schlimm, wir haben noch einen enormen Wig hier unten bei den 35.600 US-Dollar, wäre wünschenswert, wenn wir uns diesen noch holen, am besten vielleicht heute und morgen dann aber den Wikiclose über den Rising Wedge starten. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen die Analyse, Long-Position, wie gesagt, Möglichkeit wäre weiterhin hier unten und dann muss aber mindestens mal der Stop-Loss hier bei 35.1, wer doch noch ein bisschen mehr abgesichert haben möchte und noch mehr Risiko möchte, sollte hier sogar auf 34.500 US-Dollar den Stop-Loss legen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen zu den ganzen Charts, das war relativ viel, es wird ein sehr, sehr langes Video gegeben, aber es musste auch sau viel besprochen werden. Ich hoffe trotzdem, ihr seid bis zum Ende am Ball geblieben und ja, wenn ihr, wie gesagt, den Kanal unterstützen möchtet und weiterhin solche Videos haben möchtet, die einen Haufen Zeit in Anspruch nehmen, Like da lassen, Abo da lassen und einen Kommentar, das würde mit am meisten helfen, einfach um auch noch ein bisschen Algo zu pushen und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, lasst es euch gut gehen, erfolgreiches Wochenende beziehungsweise einfach mal ein entspanntes Wochenende und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder, morgen zum Bitcoin-Update-Video und morgen Nachmittag kommt nochmal eine Möglichkeit, wie ihr billig Bitcoin einkaufen könnt. Das war es von mir, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, Stay tuned.